Weil ich jetzt so 233 Abos habe, möchte ich ein Special machen. Ich möchte ein Malwipp im Wert machen. Es gibt zwar nichts zu gewinnen, aber es macht jetzt trotzdem Spaß. Hier ist mein Bild. Das Thema ist Baum und wenn ihr mitmachen wollt, müsst ihr einfach nur in den Kommentaren schreiben, dass ihr mitmacht und ein Video machen. Ich werde alle Bilder in dem Video, wo ich sage, wer gewinnt, einblenden. Wer gewonnen hat, sage ich dann am 1.2. Mein Bild war jetzt nur eine kleine Inspiration, weil sonst wäre es ja ungefähr, wenn ich mitmache. Also, ich könnte dann ihr sagen, dass mein Bild am schönsten ist. Und das ist unfair. Und ich hoffe, dass ihr mitmacht. Viel Glück, falls ihr mitmacht.